Die Gefahr bei dieser Spielweise besteht aber darin, dass die Defensive vergessen geht. Achten Sie auf Obradovic. Hier, hinter der Mittellinie, übernahm er den Ball. Lief völlig ungestört über den Platz. Die Zürcher standen Spalier. Und Obradovic markierte das 0 zu 1 in der 12. Minute. Völlig überraschend und gegen den Spielverlauf. Aber wer dem Gegner so viel Platz lässt, der darf sich darüber nicht wundern.